ja hallo hallo es gibt das neues für horus heresy jetzt warum interessiert mich für horus heresy eigentlich gar nicht aber die sagen kann man auch für die ja gerade verbinden deswegen dachte ich zeige ich die noch mal und zwar es gibt ja für hoch celsi die solar auxilary sozusagen die garte im 30-30k universum was man nennen will und die bekommen so ganz neue fahrzeug range die gab es nur aus resinen ist auch aus plastik und es hat genau die fahrzeuge dieses astra mit harum auch hat dieser ist der markator panzer dann das sind die maß einfach ein bisschen anderes design und das ist dann die neue base list oder medusa medusa gibt es momentan keine regeln also keine regeln aber für die ball ist baselis gibt es auf jeden fall der regel und da gibt es eine neue infanterie ich werde gerade zeigen wird auch darüber sprechen wie gut bei denen vor den geld verwenden kann und was ein gewisses risiko meiner meinung nach dabei ist die zu verwenden oder die jetzt zu kaufen ja so viel dazu das sind die panzer das der markator ich habe damals auf einem englischen kanal mal die ganzen racing fortune profil durchguckt manche von denen wären sogar fast gebrauchbar sagen ganz vorsichtig aber ja wenn drei rogel dorn sich reichen können und es gibt verschiedene profil hat aber ganz ganz erfällt voll die monster panzer stellen mit dem punkt überspielen möchte und anders design für das ist jetzt der lieben drafts weniger lang kanone ist noch mal haben die keinen des coaxial haben es noch mal nicht aber ja also ach da ein anderes design wird solche das kurs spielen möchte oder irgendwas etwas anderes haben möchte ist acht bedienen das sind die die basel ist noch mal ein paar lieben das mit kürzerer kanone und so sind die infanteristen aus sie dann zugibt ja ich habe halt überlegen ich werde da kann er bezieht ihr was daraus bauen was man verwenden kann ob die spezialwaffen haben das sehe ich jetzt nicht wirklich aber ja gut können man sich etwas machen oder wenn man zeichnet was ich kann diesen buchstein im sweden an der ultrima gard regiment oder sowas kann man bauen bestimmt das ist also mit der flagge sozusagen ja da wird bezieht auch was einfallen oder klebt einfach andere köpfe dran verwendet die als sei uns das gibt ja die 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 volksmann at arms oder nebel preacher wenn man sowas haben möchte ja gibt es auch ein einander der ideen hat für das fahrzeug das gibt es habe ich leider gar keine idee weil es gibt es einen schwer gepanzerten transporter aber da vorne keine demolischer kanon da weiß ich jetzt echt nicht was machen soll was das machen sollte oder mit last gun doppelt gibt es auch nicht das sind verschiedene beispiel von leute wie es bemalt haben aber ich ja ich denke da wird da wird dem einen oder anderen was gutes einfach ein paar mehr infanteristen oder so kann man bestimmt gebrauchen oder weil ich gerade gebaut habe sie nicht nur bei dem nur gasmaske einen kompletten helme also ja auch die setze letztes an noch mal extra geben ich sage je nach bewaffnung gibt es bestimmt optionen auch für 40.000 oder gerade weil er ein bisschen offener ist dass man sagt man hat vielleicht katascha ein bisschen kleiner und mobiler sind aber wenn man es extrem mit der größe übertreibt da gibt alles ein bisschen probleme im spiel auch die base gleich größer ist ein bisschen die frage das noch mal die artillerie geschütze es gibt eben im leben auch wobei das ist mir nicht aufgefallen aber wo ich sagen wo kann man da reingucken in den panzer ich sehe da nämlich jetzt vielleicht kann man die sachen aufklappen die türen aber das musste ich sage da gibt es ein ganzes video drüber wo es jemand gedanken darüber gemacht wie man da reingucken kann oder ob man da reingucken da in leben bauen kann und zieht es gar nicht da bin ich mal gespannt auf die war interessante sache so wird es die erste box aussehen die es dazu gibt ich würde sagen begrenzt nutzbar weil das fahrzeug kann ich immer gar nicht verwenden für 40.000 oder gar nicht falsch aber fällt mir jetzt halt nichts ein wie es verwenden kann weil ich sage mit der demolische kanone gibt es halt nichts oder preis ich glaube meine wundert ich habe noch keinen preis in euro gesehen ich glaube 150 euro oder so vermutlich ein bisschen mehr also da ein bisschen weiß nicht wie wäre es ein bisschen zu 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 teuer wenn wir es zu teuer ist hat es was zu sagen was eine interessante wo zurück zu den panzern was besonders interessantes sind halt diese hier panzer die markators weil es jetzt erstmal aus kunststoff geben doch billiger sind wir aus fressen problem ist bisschen eine sache oder zwei probleme habe ich jetzt damit und zwar ein risiko ist bisschen die gada die ganze batterie von 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 data sheets von von einheiten dass da ein paar da werden irgendwann ein paar rauch wieder rausfliegen müssen und sowas von ford world ist halt ich weiß ja nicht wie es mit dem zukunft mit dem kodex mit dem index machen ob sie sagen die ford world sachen kommen entweder gerade index wir kürzen es aber irgendwo zusammen irgendwas müssen sie ja machen bei den anderen fraktionen haben sie es glaube ich nicht gemacht die hatten auch nicht so viel ford world kram ford world in dem sinne gibt es ja nicht mehr von daher müssen sie es ja irgendwann mal komprimieren weil jetzt auch wenn der neun die gerade sagt moment mal warum ist jetzt mein einer panzer der der ganz normal verkauft wird mit einem anderen kram nicht mit meinem kodex und andere sind im kodex ja von daher denke ich das ist die gefahr großer so ein paar fahrzeuge ganz raus gestrichen wird aus dem aber in gerade kodex kommt und auch dass die ford world regeln nach und nach verschwinden werden weiß ich nicht aber das würde ich halt im hinterkopf halten dass das vielleicht nicht die nächsten zehn jahre spielen kann bei mir lieben was oder der barcelix wird die verschwinden weiß ich anders was 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 dann vorher noch verschwinden soll also die sind sicher aber das habe ich zeigen kann dass die rasse ist auch wieder dick sitzt also wie viel profil dass sie alle auf auf einem zusammendampfen dann könnte ja auch sein oder auf 23 profil mit verschiedenen optionen dann da bin ich mal gespannt das andere ist die in 40.000 die lieben was haben wir diese seiten sponsern und die viel ich weiß egal ob die fehlen hier vermutlich auch sonst wer da ich weiß wie die tür im weg ist dass man die gescheit dran kleben kann das mag jetzt nicht viel aussehen aber gerade wenn ich zum einen wenn ich jetzt hängt es darauf an wenn ich das aber normal spiel sagt ja gut er hat halt noch zwei schwere bolt auf der seite sieht man zahltet weil die sponsern halte da gerade sind wir mein wegen oder wegen starben hat bei mir auch noch keiner was gesagt aber wenn es vernünftig der vernünftige falsche wort ein bisschen kompetitiv spielt und jetzt schon heißen passt dadurch wird er doch keine sponsern und wusste das wollen wir im gelände sagt schon thema ob er natürlich passt und ganz böse gesagt wir dann aus dem eck am rand ist er zieht kann man sind immer vom modell ausgemessen kann man hat besser sehen und er sieht vielleicht in einem oder anderen fall auch was was er sonst nicht sehen würde oder kann auf was schießen und da das könnte schon nachteil sein dass wir die nicht dass die jetzt nicht dabei sind oder wenn sich dann irgendwas was aus muss ja gibt es da lösungen für aber ich sage einmal dass es halt nicht wirklich für 40.000 ausgelegt sind anscheinend bewusst anscheinend wohl oder dass er vielleicht auch wirklich aus 40.000 komplett verschwinden könnten dieses risiko hat man wohl irgendwo zwischen bei dem über dem mal kann doch panzer ja wenn euch so sagen interessiert ich würde auch noch mal so eine übersicht für die gerade machen habe ich glaube ganz einfach mal gemacht aber hat sich doch einiges geändert und nach einiger neue erfahrung gewonnen wenn ich so was interessiert gerne bescheid sagen und dann bis zum nächsten mal tschüss